Mein Name ist Alexandra, ich bin 39, ich wohne in Schwäbisch Hall und arbeite im Marketing in einem Start-up. Ich liebe das Leben und den Moment, ich mag es einfach mal wirklich echt komplett planlos in den Tag reinzuleben. Mein Mann sollte besser keine Couch-Potato sein, also er sollte schon auch wirklich die Bewegung lieben. Es wäre schon schön, wenn er vielleicht einfach auch dann mal Bock hätte, nach so einem Gammelwochenende wenigstens einmal noch eine Runde spazieren und da kann man ja wieder auf die Couch. Ich glaube schon sehr daran, dass Gemeinsamkeiten einen noch stärker miteinander verbinden, vor allem Konzerte und Reisen. Ich ist so wirklich so mein Herz-Ding. Das gibt mir unfassbar viel und das wäre mega, könnten wir da gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen schaffen. Mich macht das Single-Dasein in manchen Augenblicken einfach traurig. Jetzt gerade im Moment wünsche ich mir sehr, sehr stark jemanden an meiner Seite. Ich möchte gerne eine Beziehung führen, um vollständig zu sein. Das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, das wünsche ich mir von meinem Mann und das fehlt mir gerade in meinem Leben. Sendung verpasst? Gar kein Problem. Jetzt kostenlos auf Join nachschauen. Kostenlos? Hier. Habt ihr Lust auf mehr Videos? Dann klickt hier. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und klickt dort.